Alarm, es kommt ein Notruf an, Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert, denn er löscht den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Hey Penny, was macht Dolly denn hier? Die brauchen wir für die heutige Übung. Genau, Elvis. Wir werden heute nämlich eine Rettung vom Dach üben. Ihr werdet die arme Dolly doch nicht da oben draufsetzen, oder? Aber sicher doch, Elvis. Wie sollen wir denn jemals darauf kommen, um sie zu retten? Mithilfe von Tom und seinem Hubschrauber. Äh, das wird bestimmt ganz toll. Na los, James, fliegt mal ein Looping. Nein, Norman, ich soll mit dem Flugzeug nichts Gefährliches anstellen. Ach, das ist doch nicht gefährlich. Das ist höchstens spannend. Gib schon her, lass mich mal. Nein! Wenn du ein echter Freund wärst, dann dürfte ich auch mal. Na gut, eine kleine Runde darfst du drehen, Norman. Aber vorsichtig. Klar bin ich vorsichtig. Du kennst mich doch, James. Deshalb ja. Ich kenne dich ein bisschen zu gut. Pass gut auf. Jetzt zeige ich dir mal, wie man es richtig macht. Wer hat das Licht ausgestellt? Hast du das eben gesehen? Ja, aber jetzt hör bitte auf. Oh, äh, ist gut. Jetzt bist du dran, James. Ach, jetzt, wo es schwierig wird. James Jones, von dir hätte ich das nicht erwartet. Hä? Ah, dieses wilde Rumgefliege. Wer weiß denn, was da alles passieren könnte. Tut mir leid, Hauptfeuerwehrmanns-Diel. Jetzt habe ich mich doch glatt auf mein Mittagessen gesetzt. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Das war's, junger Mann. Ich möchte dieses Flugzeug nie wieder in Pontipendi fliegen sehen. Sieh nur, was du angerichtet hast. Jetzt darf ich mein Flugzeug nicht mehr fliegen lassen. Aber Hauptfeuerwehrmanns-Diel hat doch nur gesagt, es darf nicht mehr in Pontipendi fliegen. Und? Und solange wir es nicht in der Stadt fliegen lassen, kann es überall in die Luft gehen. Ich weiß nicht recht. Ha, ich verstehe. Du hast Angst, es fliegen zu lassen, James. Gar nicht wahr. Na toll. Dann lass uns rauf in die Pontipendi-Berge gehen. Oh, Sam. Also, ich weiß wirklich nicht, ob ich das sehen kriege. Ah, Cricklington. Voller Tatendrang, wie ich sehe. Sehr gut, mein Junge. Aber... Keine Sorge, Elvis. Es passiert nicht. Ja. Du musst Tom in seinem Hubschrauber nur ein Zeichen geben. Und schon geht es los. Ein Zeichen? So vielleicht? Das ist aber wirklich hoch. Kannst du nicht mal was anderes damit machen? Mir wird schwindelig, James. Ich fliege aber gern im Kreis. Jetzt fliegt doch mal ein Looping. Komm, ich zeig's dir. Hey! Pass auf. Oh, weia. Was war das denn? Oh, das sollte eigentlich nicht passieren. Ist es aber. Das kriegen wir dann nie runter. Wir könnten doch versuchen, den Baum raufzuklettern. Aber der Baum ist viel zu hoch, Norman. Hey, wir nehmen einfach die da. Wenn wir diese Holzstilme ganz hoch stapeln, dann könnten wir vielleicht ans Flugzeug rankommen. Aber ist das nicht gefährlich? Überhaupt nicht. Außerdem, wie willst du denn sonst dein Flugzeug da runterkriegen? Das ist aber ganz schön hoch. Ich komme rauf und helfe dir. Du hast recht, es ist ganz schön hoch. Das ist alles deine Schuld. Warum hab ich nur auf dich gehört, Norman? Ich kann gar nicht hinsehen. Elvis, wenn du nicht hinsiehst, kannst du Dolly auf nicht retten. Jetzt nimm doch endlich die Hände von den Augen weg, sonst wird das mit der Rettungssanktion nie was. Ich will wieder runter. Hilfe! Hilfe! Es hat keinen Zweck, Norman. Tom Thomas ist nicht in der Bergwacht. Ich kann seinen Hubschrauber von hier sehen. Da, bei der Feuerwache. Och, so ein Pech. Aber ich habe eine Idee, James. Nein, Norman. Ich habe genug von deinen Ideen. Außerdem ist mir gerade selbst was eingefallen. Dann beeil dich aber. Meine Arme tun schon weh. Ich schicke jetzt einfach mit meinem Flugzeug einen Notruf runter nach Pontypandy. Du darfst dein Flugzeug doch gar nicht in Pontypandy fliegen lassen. Aber das hier ist ein echter Notfall, Norman. Hilfe! Lasst mich runter! Ich will wieder festen Boden unter den Füßen haben. Was sollen wir denn jetzt tun? Eine Notfallsituation erfordert besondere Maßnahmen. Elvis, denk jetzt nur an Dolly. Nur du kannst sie von dem Dach retten. Oh, Dolly! Oh, natürlich. Die hatte ich ganz vergessen. Ja, ist gut, Sam. Ich werde Dolly vom Dach retten. Keine Angst, ich komme, Dolly! Ganz vorsichtig, ja. Was ist das? Oh, verflixt der Funkenflug. Aber da ist ja schon wieder das Modellflugzeug von James. Alles klar! Es wird alles gut, Dolly. Ich werde dich hier runterbringen. Weg mit dir! Hab' ich dich! Gut gemacht, Elvis! Hey! Eine Nachricht! Oh je! James und Norman sitzen auf einem Baumfest! Wir schicken Tom hin, wenn er dich runtergelassen hat. Eddie, Sie halten hier die Stellung. Ich möchte James sein Flugzeug gern persönlich zurückgeben. Ich kann nicht mehr. Aber du musst doch durchhalten. Zieh nur! Da sind sie! Hurra! Festhalten, Norman! Retten wir die beiden genauso, wie wir Dolly gerettet haben? Diesmal gehen wir anders vor. Wir müssen erst Norman retten und dann James. Du holst das Sprungtuch und ich hole die Leiter. Wird gemacht, Sam! Beeilt euch! Ich kann mich hier oben nicht mehr sehr lange halten. Lass dich einfach fallen, Norman! Wir fangen dich auf! Äh, ah! Oh, wow! Das war spitze! Ganz ruhig, James. Gleich haben wir dich wieder unten. Danke, Sam! Wuh! Ah, ha! Das hätte ich mir ja auch denken können. Ich glaube, das hier gehört dir, James Jones. Ähm, ja. Nun, da du es diesmal sehr nützlich eingesetzt hast, verlieren wir kein Wort mehr darüber, hä? Vielen Dank, Hauptfeuerwehrmann Stiel, Sir. Es war sehr tapfer, von dir das Flugzeug nach Pontipendi fliegen zu lassen. Schließlich hast du ja gewusst, dass es Ärger geben könnte. Und du hast das Flugzeug toll gelenkt. Fast so gut wie ich, als ich Hauptfeuerwehrmann Stiel erschreckte. Aha! Das hätte ich mir ja auch denken können. Ich habe James doch nur gezeigt, wie man es fliegt. Stimmt ja gar nicht. Tja, dann bleibt mir wohl nur noch eins übrig. Die Fernsteuerung, bitte, James. Ganz toll, Norman. Jetzt ist mein Flugzeug beschlagnahmt. Nein, James. Es wird nur Zeit, dass euch beiden mal jemand zeigt, wie man dieses Flugzeug so richtig fliegen lässt. Oh ja! Das erinnert mich sehr an meine Jugend. Und jetzt eine Wende und dann in den Sturz. Ja! Nein! Ah! 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 Oh ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017